So, hier haben wir drei Stellplätze, da hinten ist das Naturschwimmbad, direkt danach. So und hier haben wir nochmal drei Stellplätze, also im Prinzip können hier viel mehr wo muss ich stehen, hier ist ein riesen Platz, sag ich jetzt mal kostenfrei, sehr schöne Regionen ja hier sowieso, Hamzik ist direkt hier in der Nähe, also kann man auf jeden Fall auch mal hinfahren, wenn man was kostenloses sucht, bisschen weiter ist das Naturcamp, aber da ist gerade eine Party angesagt, die machen da Lagerfeuer, das ist so ein Bulli-Trupp, der sich da trifft, da sind noch so ein paar Hobbit-Häuschen, die man da mieten kann, aber auch richtig cooler Platz, weil das so ein Naturcamping ist, sehr schön, aber wie gesagt, da ist heute Party und deswegen habe ich mich dazu entschieden, mich hier unten hinzustellen, ja, so zusammen. Na Pebble, was sagst du? Ja. Ja. Ja, erster Ausflug, nachdem der Bluttank getauscht wurde und jetzt gibt es, ist noch ein bisschen Knoblauch, versteht sich von selbst und dann haben wir hier Schillisinkane, kommt dann auch noch rein da. So. Und wen haben wir da? Die kleine Maus. Die kleine Maus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 es ist frisch ja also hier ist schon deutlich der herbst angekommen in bonn ist noch relativ grün und hier im oberbergischen da ist schon deutlich alles gelb rot blätter fallen vom baum und ein paar grad kühler ja gut dass der natur kämpfe gesagt da gibt es zwei drei fässer ein feuerplatz ein pavillon sanitäre anlage und noch so zwei spitz zelt buden aus holz und man glaube ich drin schlafen kann wie sind shelter und das war es ansonsten nur wiese und die homobie stellen vielleicht so richtig cool also kein kein zipp und kein zapp sondern einfach nur eine ganz bescheidene wiese und dann war es das auch schon naja jetzt geben wir noch mal eine kleine runde nachher kaffee erste nacht wieder um im fahrzeug im wohnmobil jetzt hoffe ich nachdem der flottank gemacht wurde das jetzt erstmal für absehbarer zeit ruhe ist ich glaube die oben am natur kämpfe sind jetzt die dürfen jetzt auch schon alle wach sein weil eben irgendwie jeder bauer mit dem traktor hochgefetzt kam spätestens jetzt sollten alle wach sein die ersten gassigänger trudeln auch ein also ich habe hier heute nacht überhaupt gar nichts gehört der platz ist super ruhig gewesen alles prima das sind deine snacks gleich mal bei google gucken also empfangen ist hier ein bisschen schwierig aber es geht hier an dem platz aber es gibt stellen da hat man gar keinen empfang muss man mal so sagen und wir gucken gleich ob wir noch irgendwie einen schönen wanderweg oder sowas finden mit ausblick am liebsten und dann gehen wir vielleicht ein bisschen wandern in sofern das wetter trocken bleibt aber das ist wirklich schon krass was hier schon herzlich ist von den bäumen her und im bonn irgendwie gefühlt noch alles grün naja gut alles klar dann melde ich mich vielleicht später nochmal je nachdem ich bin auch nur müde also richtig gut durchgeschlafen habe ich nicht so typisch die erste nacht das ist dann immer so ein bisschen komisch irgendwie naja so Bis zum nächsten Mal. Ja, was soll ich sagen, wir haben uns jetzt doch entschieden, wieder nach Hause zu fahren. Es ist wesentlich wärmer, jetzt hier wieder durchzukommen. Und wir haben jetzt hier 9 Grad, wir kommen von 5 Grad, wäre ich genannt. Wahnsinn. Ja, aber hier scheint es wettermäßig auch schon etwas aufzuklären. Hier ist auf jeden Fall der Himmel blau. Ja, deswegen werden wir den Sonntag jetzt hier in Bonn verbringen, mal gucken und damit dann noch ein bisschen spazieren gehen. Was auch immer. Ja, dann würde ich sagen, das war es von unserem Kurztrip ins oberbergische Land. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020